Ich habe in der Pathologie gearbeitet, habe da meine Ausbildung gemacht, zwei Kinder bekommen, relativ schnell nacheinander, habe im Homeoffice noch weitergearbeitet und bin leider nur so gar nicht mehr rausgekommen. Also Mutter sein ist, glaube ich, das Tollste, was es gibt, aber so ein bisschen Abwechslung ist schon schön. Und ja, deshalb Giamako. Ich war selber Gast auf so, ich habe fünf Partys in einem Jahr. Die Begeisterung, auch selber als Gast, wurde immer größer und irgendwann kannte ich die Produkte so gut, dass selbst Freundinnen von mir sagten, Christine, du kannst es auch schon verkaufen. Ja, und so kam das dann auch. Man soll mit Giamako anfangen, wenn man nicht schon darüber nachdenkt. Man hat nichts zu verlieren, man kann nur gewinnen. Egal, ob ich alleine bin, ob ich verheiratet bin, ob ich Kinder habe, ob ich im Berufsleben stehe oder nicht, ist es auf jeden Fall ein Plus, was mich positiv einfach nur bestärken kann. Man darf, glaube ich, nicht verbissen an die Sache rangehen, sondern wirklich total locker und entspannt und sich freuen auf die Arbeit, die ja eine ganz andere ist. Locker drangehen und Spaß daran haben, das ist, glaube ich, das Ziel. Innovativ, modern, zeitersparend. Ja, das wären so meine drei Worte. Vertraue und Santat